Joja meine Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video Let's Play von OMSI 2 Ja, lange ist es her, wo ein Let's Play kam, aber was heißt lange? Aber es ist immer noch Zeit für ein OMSI Let's Play, keine Sorge, demnächst kommt auch Trends of Volt Am 28. November wird der Maintal-Bahn Release mit der Baurea 642, dem D-Zero Dazu kommt definitiv ein Video Aber ich habe mir gedacht, heute machen wir einfach nochmal OMSI Wir fahren den M1 Line City A26 L10 G Ich habe ihn einfach mal so gemacht, mit dem Set war, was man im Skript machen kann So wie er bei uns rumfährt, sage ich mal, so sieht er halt bei uns aus 1 zu 1 HVB, H2 Spree, genau Ja, der Bus ist vom Büssing, deswegen hat das auch da dran stehen Wenn er will, könntest du das einfach googeln Gib dir mal ein HVB-Bus 86, dann muss der auch schon direkt kommen Äh, normalerweise haben wir HZ-Kendzeichen Ähm, ja, muss ich vielleicht noch ändern Naja, ich will sagen, schwingen wir uns rein, schmeißen wir den Haufen an hier Ähm, leider gibt es ja noch nicht äh, das VDV von Subbull hier Ich komme jetzt um sie mal ein bisschen weiter stellen die karte geht geurte dank wieder was ich super finde waren die 51 nachkommen am hauptbahnhof auf allen linien nicht ganz ein stückchen würde ich sagen ab 14 49 so ein spiegel muss verändern muss ich noch genau was gibt es zu erzählen wie immer nicht viel die karte kumanab kennt man eigentlich denke ich mal könnt euch in der web das unterladen das ist ein eigenständiger karte also braucht ihr nichts dazu falls probleme haben solltet mit der ai list dass der bus anfängt zu springen unterladet euch die ai list als alternativ ai list könnt ihr euch unterladen da sind die mx-bus sind ja die läuft doch wieder bei mir gott sei dank ja patsch guten tag verzögerung sch Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jo. Jetzt wird kurz ein bisschen Geduld da ersetzen. Es gibt kurz eine halbe Minute weiter. Weiter geht's. Vierter Gang. Ja. Oh, Junge, lad doch noch mehr Kacheln, ey. Das ist eins, das nervig an Omsi, ja, dass es jedes Mal diese dämlichen Kacheln lädt. Ich frage mich auch, was sich die Entwickler dabei eigentlich gedacht haben, ja. Auch, dass dieses Spiel auf dem heutigen Rechner eigentlich immer noch teilweise ruckelt. Ja, dieses Spiel wurde 2012 entwickelt und 2013 kam es aus. Also, ob die zwei jetzt gesehen, das muss der eigentlich mal geben, normalerweise muss es eigentlich ruckefrei laufen, aber nein. Der will nie einsteigen. Tüterau, Euro 6, äh, ne, nix von. So, auf vorne fahren wir uns links rein. So, auf vorne fahren wir uns links rein. Nichts? Ja, das ist ja so. Ich bedr ICU amplifier fast. Ichrocket. Untertitelung des ZDF, 2020 Die will auch nicht mit? Ne Untertitelung des ZDF, 2020 Die will mich doch verarschen, ja komm, scheiß um sie KI So, ich wollte sagen, bis hier vorne zur Stelle fahren, war es ein bisschen kurz ein Let's Play Wenn ich so viel gefeiert habe, lasst ihr kein Abo da und Daumen nach oben Wir sehen uns bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss Wir sehen uns bis zum nächsten Mal